1621 gab Unglassi eine echte Kapelle gebaut, die ganz oben an der Fenster schematisch durchgestalt gesägt. Da gab dann die Muttergottes-Statue aus Holz, die man auch an der Kathedrale verehren versucht. Die Leute sind dahin gepilgert gekommen während des Jahres, aber so viele Leute sind gekommen, dass ab 1639 die Statue Rov an die große Jesuitekirche als heutige Kathedrale gedrohen gauf, für achtig, für eine Woche, durch die nummen Oktav. Am Schluss dieser Woche gauf die Statue Röhm zurückgedrohen an die klassische Kapelle mit einer feierlichen Prozession, der Schlussprozession.